Hallo, Johnny! Ich frage mich so gerade echt, wo habe ich die Energie verloren? Hä? Also ich hatte doch volle Energie, oder? Habe ich mich da getäuscht? Ich habe echt super schnell super viel Energie verloren, aber es kann damit zusammenhängen, dass ich mich selbst abgefackelt habe. Der Panzer, der ist, glaube ich, zufälligerweise gerade da langgefahren. Das heißt, dem kann ich wahrscheinlich noch irgendwie aus dem Weg gehen. Komm, wir tun es nochmal das einmal an. Was haben wir denn da oben? Ist da noch was? Also irgendwas hinten in der Ecke, was irgendwie keinen Sinn macht, dass es da überhaupt ist. Hm. Also im Endeffekt, wenn ich die Brücke passiert habe, sollte ich das eigentlich schon fast geschafft haben, so wie das aussieht. Und ich hoffe wirklich nicht, dass da irgendein Scheiß kommt, von wegen, ey, beschütz' das so lange, bis, äh, ne? Weiß Bescheid. So, da oben ist der Flamme... Flame Johnny. Hör! Ha, ha, ha! Oh, dass du mich getroffen hast, du Sack! Der ist tot. Hervorragend. Ist auch tot. He, 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 he. Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. So, bitte kein Panzer. Leck mich! Leck mich! Ist gerade der Baum in die Luft geflogen? Hab ich das richtig gesehen? Ja, von mir aus. Mir soll es egal sein. Nee, wenn das jetzt funktioniert, ne? Bin ja ganz feucht unterm Schlüppi, du. Ja, ja. Okay. Okay. Da ist ein Turm. Wo kommst du denn her? Genau, sehe ich mich genauso. Alter, wo kommst du denn her? Auf damit. Fuck, fuck, fuck. Blow, Alter, lass dich nicht töten. Ja! Ich glaube, ich habe es geschafft. Oder? Komm, bitte. Nicht Sarge ist es nicht. Great work. Gott. Warte, stopp, stopp. Alter. Was ist denn da noch passiert? Alter. Egal. Guter Kaffee. Gott sei Dank. Alter, war das eine knappe Scheiße. Mir geht's gut. Doch, doch. Ja, ja. So, dritter Bereich. Oh mein Gott. Ich bin so fertig. Stopp, fadda, ey. Hey, 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 hey. Sarge, es gibt einen blauen Spi, der in der TAN-Base in Sektor C1. Wir glauben, er hat Informationen über das letzte Kuss des Kais. Eliminate ihn und erhebeleite seine Dokumente. HQ, aus. Kann einfach sein. Kann schwer sein. Ganz anderes Gebiet. Jetzt sieht ein bisschen aus wie hingebrochen. Und wir haben hier auch andere Streitkräfte, oder? Oder was ist das Graue? Sind das Neutrale? Sind das Krokodile? Das wäre natürlich auch geil. Und hier jetzt auf einmal... Ja, super. Lasst ruhig mich gegen zwei Leute kämpfen, ne? Kämmen wir ja schon. Aber braune gibt's hier noch, oder? Ich hab keinen automatischen Wi-Fi, natürlich auch nicht. Okay. Wie viele Taki ich immer schon verloren hab, ne? Das ist hart. Ah, ah, ah. Ja, jetzt müssen wir erstmal einfach nur gucken, äh, dass wir irgendwie weiterkommen. So, zack. Musik ist so heroisch. Holy shit. Oh, warte mal, wie, 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 wie. Ich hab doch nichts mehr zum... Nein, ich mag ich nicht. Aber andererseits könntest du natürlich auch was sehr Schönes für mich haben. Nämlich genau die Waffe, die du grad bedienst. Stirb. Danke. So. Einen hab ich noch. Eieieieieieiei. Uncool. Mh. Mh. Ein Auto-Rifal. Mh. Achso, hier, ich, hier bin ich okay. Ich hab mich schon gewundert. Oder folgt mir einfach erstmal. Guck, ob er heilig ankommt. Ich bin gespannt. Und ist ein Panzerfaust-Spacko. Granaten dauern einfach zu lange. Also, ich wüsste nicht, wie ich die sinnvoll nutzen kann, um ehrlich zu sein. Ich muss hier weg. Ist tot. Freut mich. Und da oben ist, glaub ich, der Mörser. Spacken. Bums. Der hat mir die Waffe nicht gegeben. Und ich hab einen Mann verloren. Ich hab echt immer noch keine Energie, ne? Okay, okay, okay. Ich brauch Energie. Dringendst. Haben die hier irgendwie eine Produktionsstätte, dass die Leute immer nachkommen können, oder wie, oder wat? Wir können ja mal einfach mal gucken, wat Faser ist. Oh, hier noch. Eieieieieieiei. Die grauen Truppen gehen mir echt ein bisschen hoch im Sack, ne? Pfff. Pfff. Ja. Aber bewachen die irgendwas, oder? Aber was machen die? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Hahaha. Hihihihihi. Uhuhuhu. Nein! Scheiße. Sarge ist dead. Egal. Komm. War der erste Versuch. Da kann man ruhig mal ein bisschen verkacken. Aber was hat mich denn am Anfang so hart geboomst? Ich denke mir, ne, warum sollte man im unteren Bereich so viel verstecken? Was ist derjenige, der zu mir böse war? Der hat mich getötet. Okay. Alles klar. Dodge is sad. Na, grad für diese Bazooka-Johnny's ist das eigentlich echt gut, wenn wir unsere Streitkräfte noch haben. Weil die können ja eigentlich immer ganz gut ablenken. So, in welcher Richtung wir ankommen, ist erstmal egal. Sir, yes, sir. Wird ich ihn jetzt vielleicht? Immer noch nicht. Krass, ne? Daneben. Guckst du blöd, ne? Komm ich von hier aus? Vielleicht irgendwie. Also, ich hab jetzt hier noch ein bisschen Probleme zu sehen, wo ich lang kann und wo ich nicht lang kann. Braune Wege sind auf jeden Fall ne gute Sache offensichtlich. Weil da darf ich lang. Das ist alles zu. Ja, hier gab es auf jeden Fall mal einen Konflikt, ne? Einfach mal hin. Einfach mal hin. Wäre ich mit dir. So. Ich frag mich grad nur selbst. Wo hatte ich denn die Heilung eigentlich her? Ist egal. Ich lass dich mal so sein, wie du bist. Alter. Alter. Der hat mich hart geboomst. Ich bin überrascht. Wow. Und zwar richtig hart. Okay, das heißt, den Mörser-Typ, den sollten wir doch vielleicht kaputt machen. Sorry, es gibt einen blauen Spie, der schlägt in der TAN-Base in Sektor C1. Ist so. Wir glauben, er hat Informationen über das letzte Stück der Kiege. Eliminate ihn und erhebte ihn. Erhebte ihn und erhebte ihn. Erhebte ihn. Handy. Für St. Aid. So. Affirmative. 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 Okay, ey, die Mission ist echt hart. Ich komm da voll nicht klar. Ich glaub, ich kann mich gar nicht zehn Meter bewegen, wo das überhaupt irgendwas passiert. Okay, also, blauer Spion, wird echt gut bewacht. Muss ich leider so sagen. Ich komm jetzt mit hier direkt. Ich hab Bock auf die ganzen Schüssel-Mardingen hier. Er sieht diese. Ich schieß ja schon mal. Ist ja schon mal erst mal ein gutes Zeichen. Toller Stein, den wir da beschießen, ne? Hallo? Geht da nochmal irgendwie was? Die solltet ihr eigentlich auch kaputt machen. Das war wahrscheinlich derjenige, der mich letztens mal auch schon so genervt hat. So, ich denk mal. Ja, so ganz hat das leider noch nicht so funktiv wie ich mir das vorgestellt hab. Ja, Automatic Wifel ist natürlich geil, ne? wo ist der Umweg? Ja, einen hab ich noch. Ach komm, das kann ich heute schon wieder vergessen. Ist das jetzt irgendwie andere Einheiten als vorher? Ich hab da irgendwie, weiß ich nicht, das anders im Kopf gehabt, was da alles kommt. Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Oder? Ich mach jetzt mal folgendes. Ich geh jetzt einfach mal einen anderen Weg. Ich möchte jetzt mal wissen, was unten rechts in der Base ist. Das heißt, hier ist dann irgendwo der Feuerspackung? Der Feuerteufel? Richtig? Muss ja hier irgendwo sein. Der kam ja von unten. Du bist es. Ja. Oh cool, guck mal, der kann mich sogar durchquetschen. Nice. Ist halt so, ne? Bisschen Schwund ist immer. Was bewacht ihr da? Der Teufel ist. Ich glaub's nicht. Ohne Scheiß, ich glaub's wirklich nicht. Wie kann das sein, dass die mich treffen und ich sie nicht? Und zwar so häufig. Tötet sie. Wenn ich jetzt sie alle töten, die halten. Aber ich glaub, wir treffen uns beide alle nicht, ne? Kann das sein? Das ist nicht wahr. Okay. Komm, weg mit dir. Irgendwas musst du hier sein. Irgendwas Tolles. Hier ist nichts. Das ist wirklich gar nichts. Oh man. Warum sind die braun jetzt, äh, die grauen jetzt eigentlich auch gegen mich? Ich versteh das nicht. Ich hab doch gar nichts getan. Wollte immer so lieb zu denen. Eigentlich hatte ich noch nie Kontakt mit denen, aber ist ja egal. Müssen die ja nicht wissen. Da, da will ich hin. Da. Was ist da? Da komm ich wahrscheinlich nur aus dem nördlichen Bereich, ne? Das heißt, hier unten jetzt hinzugehen war eigentlich nur Ressourcenverschwendung. Gut denn, ist gut. Okay. Guck mal, wenn wir jetzt hier den Weg einfach mal geradeaus hochgehen, wo eigentlich laut Map zumindest meiner Meinung nach einer sein sollte. Green Horn, Ten Horn, Ten Base, äh. Okay. Also hat es mal so gar nichts gebracht, was ich jetzt hier bisher getan habe. Auch nicht schlecht. Oh, guck mal, das war aber gar nicht mal so verkehrt. Lauf. Ja, Mann, ey. Ich, der, ich, der ist so lahmarschig. Unser fettes Viech, echt, ey. Mann. Das ist so nervig. Boah, da kratze ich mir echt die Haut vom Kopf. Soll kommen, ey. Ich will hier wenigstens den ersten Teilauftrag schaffen oder whatever, wie man das auch immer nennen will. Das ist mir auch scheiße, ja. Selbstverständlich werde ich wieder getroffen und ich kann ihn nicht treffen. Das ist so dumm, das ist so dumm. Guck mal, warum kommt der jetzt von oben? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich, ich, ich reihe es nicht. Der kommt von da, wo er, wo, von wo er möchte, ne. Das ist wirklich für mich nicht nachvollziehbar. Ich gebe wirklich Mühe, das zu verstehen. Ich kriege es aber nicht hin. Gehe nicht mal eine Birne rein. Ich bin ja schon dabei. Lass mich die noch eben kurz töten, dann kannst du dich ja wieder lecker aufrissen. Jam, 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 jam. Mega schwer, echt. Ich bin so hammerhart. Du gehst mir nicht auf den Sack. Ich will nur das Gerät hier einmal bitte mitnehmen. Vielen Dank. Für die Blu. Tritt mich mal. So leicht werde ich mich nicht los. Holy shit. Was war das denn? Oh cool, guck mal. Was hat die mal zu, wenn die... Hab ich so vorhin noch gar nicht so gerallt. Ja, bekämpft mich. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ihr, 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 ihr macht das schon. Genau, genau. Lasst mich in Ruhe. Ihr mögt euch ja auch nicht so gerne. Mehr will ich gar nicht. Ach, da komm ich gar nicht durch. Mein Fehler. Den hab ich jetzt auch zu spät gerallt. Ich würde ihn doch einfach. Danke. Ist doch nicht so schwer, oder? Ach, guck mal, sind wir hier. Jetzt sag mir nicht, du kommst doch nicht durch. Du bist doch letztes Mal da durchgekommen. Jetzt mal ohne Scheiß. Was ist dein Problem? Huch, wo bin ich jetzt gelandet? Du sollst doch einfach wieder laufen. Ach, okay. Sollen wir vielleicht die richtige Taste für drücken? Ich bin doch letztes Mal gen... Ne, oder bin ich wahrscheinlich doch nicht genau da durchgegangen. Oh, ich geh kaputt, ey. Ihr, geh kaputt. Das heißt, ich muss ja noch in die Basis rein. Kann ja, kann ja lustig werden. Naja. Warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Wenn ich noch frei bin, wo du bist. Bokter 12.000 Mal hier im Moment ja zu latschen. So, hauptsache, du lässt mich in Ruhe. Hey, Alter, ich hab dir... Bist du doof, oder was? Ich hab dir geholfen. Oh, Alter, ich werd immer noch beschossen. Hey! Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Echt? Kommt jetzt hier jemand? Man sieht ja auch nichts, ne? Wie hier überhaupt auf irgendeiner Seite, oder nicht? Schnell irgendwie mich hier dran vorbei, Mogel. Wenn's irgendwie geht. Alter, ey, wie? Wie soll ich das machen? Bist du zum nächsten Mal? Weil... Ja!